Kirke für 20 Euro, Acento für 35 Euro, die ganzen Idioten, die dafür mehr Geld ausgeben. Das ist doch unglaublich. In diesem Video werden wir analysieren, ob das alles Idioten sind, die keine Duftzwillinge kaufen oder ist die Performance eines Duftzwillings doch genauso gut wie das Original. Ich werde der Sache auf den Grund gehen und werde euch eine Auswertung geben. Damit starten wir jetzt in dem Blindtest. So, schöne Grüße übrigens an Angelina Pachuli. Die hat diese Maske bei mir gelassen und die werden wir heute auch wieder einsetzen. Es wird so sein, dass wir hier von irgendeiner Marke oder verschiedenen Marken Duftzwillinge haben und die werden dann aufgesprüht. Daneben das Original. Ich habe jetzt nicht gesehen, um was es geht. Welche Düfte. Oh, da, meine Lieben, werde ich mal herausfinden, ob das denn so funktioniert. Und eine Sache noch. Der Black Friday steht nächste Woche Freitag an. Wir haben wieder Sale vorbereitet. Bei Düften, es wird solche krassen Deals geben. Gerade auch, ihr kennt Alexandria 2, Hyperduft. Von daher, macht euch bereit, nächste Woche Freitag um 0 Uhr is the day. The day is the day. Also, let's go. So. Welchen Duft, ja? Original? Achso, das kannst du mir nicht sagen. Gib mal eine andere. Wenn ich jetzt so mischen würde, wäre das ein Problem? Ne. Ist doch Naxos. Oder? Ne. Ist nicht Naxos? Ne, Alexandria 2. Alexandria 2 ist das. Alter, riecht doch direkt. Hier ist das Ding. Das ist das Original. Riecht doch direkt, Alter. Das hier hat ja wohl, es riecht ansatzweise danach, aber hat doch gar keine Performance. Wenn ich hier dran rieche, da öffnet sich mir eine neue Welt. Ne, mal die Synapsen, die, 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 das ist doch was ganz anderes in der Luft hier. Also, wer das hier als Alexandria 2 verkauft, der ist ein kleiner Scammer. Kein Disrespect, aber das hier zu verkaufen, ich sage mal eine ehrliche Meinung, ne? Am Ende, wenn das andere auch gut ist, ist das andere auch gut. Aber das ist wohl ein Scherz. Aber Alexandria 2 kann es auch nicht faken. Das ist leider so, wie es ist. Next. Alter, was ist das denn für ein Duft? Das ist Argento. Ja. Das ist auch wieder blind. Also wirklich, Leute, wenn ihr, also bitte tut mir den Gefallen, wenn ihr, guck mal, bitte macht das einfach selber. Ich will euch jetzt nichts erzählen, aber auf zwei Meter riecht doch, dass das das Original ist. Also, das, das, also, sorry, aber das, äh, also, das, also, das ist doch, das riecht doch ein Blinder. Guck mal, tut mir dann bitte einen Gefallen, wenn ihr wirklich Parfümliebhaber seid und ihr glaubt da dran, tut mir bitte den Gefallen, kauft euch von mir aus sowas hier, ne? Diese Duftzwillinge. Das hat nichts mit dem Original zu tun. Gar nichts. Next. War richtig, ne? Ja. Ja, weiß ich doch. Meinst du, ob die Leute jetzt auch in den Kommentaren schreiben, ach, der hat ihm das in die rechte und linke Hand gegeben. Und deswegen wusste er das. Ja, aber purer ist das. Mhm. Muss ja ein bisschen, muss ja ein bisschen warten. Das hier ist der Fall, das riecht alkoholisch, deutlich alkoholischer. Richtig? Ja. Ja, ja, weil hier hast du ein softeres Opening, wenn du, wir haben gerade drauf gesprüht und haben da einen Sniff genommen. Das riecht immer noch, riecht immer noch Alkohol bei dem hier nicht. So, von den Noten her, gehen wir mal rein, so, okay, erst, das war jetzt der Opening, jetzt gucken wir weiter. Der Duft ist auch flacher. Also, man erkennt natürlich, dass es ähnlich ist, ne, dass man da die Ansätze drin hat, aber das Volumen ist einfach nicht so hoch. Die Duftintensität ist hier viel, viel stärker. Wenn ich das hier rieche und hier rieche, das ist einfach, der Duft ist einfach deutlich flacher, ist nicht so, der hat nicht so einen Punch, ne? Und das ist ja auch der Unterschied, ne? Wenn ihr zu Hause beispielsweise günstigere Düfte auch von Herstellern habt, die man so überall findet, ne, bei den Parfümerien, dann fehlt immer, die Düfte riechen alle gut. Der Duft riecht auch, das riecht gut, aber es fehlt halt so diese, diese Ausdrucksstärke, diese, diese, ja, diese Power, ne? Power! Und von daher, das ist nichts, das ist nichts. Haben wir hier keinen, der mich irgendwie überzeugen kann, oder was? Das ist auf jeden Fall Naxos. Hm, interessant, okay. Der roche gerade, hm. Der hier ist nicht der Originale. Ja, der hier ist nicht der Originale. Riecht auch künstlich. Cool. Ja, das hast du, das ist, du hast hier halt wirklich einen ganz homogenen, ganz, ganz runden Duft, der halt auf sich abgestimmt ist. Und hier hast du so eine Chemienote mit drin. Die Note könnte man auch übrigens weiterentwickeln, so wie diese Apple-Geräte, die man so aufpackt. Da ist so ein, ein Ton drin, aber das ist auch jetzt kein Naxos. Es geht in diese süße Rum-Richtung rein, aber da riechst du sofort, der Duft ist halt rund, ne? Und das hier ist quasi so, das ist halt die nachgemachte Version. Also, wenn ihr so einen Duft zum Beispiel kauft, ne? Das ist ja, es geht ja auch um mehr, also es geht nicht darum, immer zu konsumieren. Also man muss ja auch bewusst, sagen wir mal so, jeder von uns muss drauf achten, Geld und so weiter, tut mir nur einen Gefallen. Also, wenn wir zu meiner Wand gehen und uns anschauen, wie lange diese hochwertigen Düfte mit mir bleiben. Am Ende, es ist meine Philosophie von Anfang an, seitdem ich 18 Jahre alt bin, lieber wenig kaufen und dafür gut. Und dasselbe ist bei Düften auch. Guck mal, ihr müsst nicht drei Gesellschafts-Düfte kaufen, ihr müsst gar keine Gesellschafts-Düfte kaufen, davon mal abgesehen. Es bringt nichts, irgendwie sich so ein halbes Ding zu kaufen, dann seid ihr eh nicht glücklich mit. Ich sage euch eine Sache, ich habe schon wirklich alles durch und wenn ich das rieche, das ist einfach nichts. Dann holt euch lieber was anderes. Es gibt zum Beispiel hier diese Histoire de Parfum, 15ml, 40€. Holt euch lieber sowas. Wenn ihr sagt, das ist zu teuer, aber Leute, das bringt gar nichts. Also holt euch bitte, das braucht ihr wirklich nicht. Also diese Duftzwillinge, ich hätte auch gesagt, wenn es anders ist. War es jetzt schon? Nee. Kommt noch was? Noch eins. So, was kommt jetzt? Oh, welche ist das denn? Hm, Erdbeernote mit drin. Also erstmal, das hier ist auf jeden Fall der Duftzwilling, ohne Wenn und Aber. Oh, es riecht, es riecht nach, weißt du, wonach das riecht? Es riecht nach so Schmirgelpapieren. Aber es ist cool, es ist cool. Ist jetzt nicht verkehrt. Ich finde es cool. Aber das ist auf jeden Fall der Fake. Aber riecht, riecht cool. Boah, was für eine Erdbeernote. Ist das Anfass? Salam. Nee, links Ischkette ist ein König. Die Erdbeernote ist so krass. Boah, was ist das für ein prickelnder, süßer Kirke? Ah, spannend, Alter. Der riecht wirklich, boah, was für eine starke Erdbeernote hier rauskommt. Ja, und das hier ist auf jeden Fall der Fake. Alter, aber heftig. Ey, das riecht wirklich so wie auf der Baustelle. Wisst ihr, wenn so ganz viel Schutt und Asche so in die Luft geht? Also ich mag es zum Beispiel Keller, wenn man in den Keller reingeht. So einen Keller. Geruch mag ich auch. Spannender Duft. Der riecht wirklich so wie Schmirgelpapier. So Sand in der Luft. Cool. Aber habe ich recht, ne? Ja. Ja, wusste ich doch. Leute, wow. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Für mich war es auf jeden Fall auch interessant. Leider müssen wir festhalten, dass die Duftzwillinge nichts mit dem Original zu tun haben. Was aber auch nicht schlimm ist. Also zum Beispiel der letzte hier. Sehr, sehr spannende Noten drin. Also man könnte daraus sogar was Eigenes entwickeln. Ist aber halt nur jetzt nichts mit Köcke zu tun. Von daher, guck mal. Macht wenig und kauft dafür richtig. Und der beste Zeitpunkt dafür ist tatsächlich Black Friday. Um 0 Uhr geht es los. Und wir haben sensationelle Deals vorbereitet. Und ihr werdet eine Menge umsonst bekommen. Und nirgendwo werdet ihr besser einkaufen können als bei uns auf der Webseite. Bei Uhren, Parfum, Gebauer und Gebauer und auch diese ganzen Accessoires. Von daher schaut, das ist das Happening of the Year. Wir machen nicht so viele Sales. Sondern wenn, dann Black Friday. Und von daher schaltet gerne ein. Mir hat es Spaß gemacht. Lasst gerne ein Abo da. Und mich würde wirklich interessieren, was ist eure Meinung zu Duftzwillingen. Habt ihr gute Erfahrungen gemacht, schlechte Erfahrungen. Von daher, wir sind raus. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao. Ciao.